Was ist die Schärfe der Bildung? Der Kompakt und der Schmerz des Objektivs Sony sind ein realer Vorteil, insbesondere während der Aufmerksamkeit oder während der großen Expeditionen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich die besten Resultate erziele, wenn ich in Kombination mit meiner Sony Kamera auch original Sony Objektive verwende. Selbst offenblendig ist die Schärfe der Bilder unglaublich, in Kombination mit einem richtig satten Kontrast und einem weichen Bokeh. Mehr kann es dir eigentlich nicht wünschen. Die Abbildungsqualität der Sony Objektive ist einfach fantastisch. Eine sensationelle Kombination mit meinen hochauflösenden Alphacameras. Der Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerz des Diaphrames ist ein fantastisches Vorteil für die Bildung. Als Fotografe und Video-Animalist, ich habe eine unige Montage, ist einfach unglaublich. Ich benutze die Sony Objektive für meine Fotos Alpha und meine Kamera-Videoprofessionelle. Es ist wirklich ein fantastisches System, der mir die gleichen Objektive nutzen kann, für verschiedene Ausgaben und verschiedene Typen von Fotos. dem Autofokus vertraue ich voll und ganz, weil die Sony Objektive perfekt damit zusammenarbeiten. die Sony Objektive und 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 die Sony Objektive Objektive überzeugt mich zu 100 Prozent. Wenn ich den Nachthimmel fotografiere, dann ist es nämlich extrem wichtig, dass auch die Sterne am Rand nicht verwaschen sind. Der OSS ist ein grandioses Feature. Er hilft mir, auch ohne Stativ und bei schlechten Lichtverhältnissen verwachtungsfreie Bilder zu erzielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017